Primaster Markenqualität zum besten Preis. Exklusiv bei Globus Baumarkt. Mit der Eigenmarke Primaster bietet Globus Baumarkt eine Elektro-Werkzeug-Serie von geprüfter Markenqualität zum erstklassigen Preis-Leistungsverhältnis. Ob Bohren, Trennen, Sägen, Schleifen und vieles mehr. Mit Primaster finden Sie das richtige Gerät für alle anfallenden Arbeiten. Benchmark-Prüfungen in den Kategorien Funktion und Dauerhaltbarkeit durch ein unabhängiges Prüfhaushaben ergeben, dass Primaster Elektro-Werkzeuge im Vergleich zum Marktführer gleichwertig abschneiden. Globus Baumarkt steht hinter der hohen Qualität der Eigenmarke und gibt auf alle Primaster Elektro-Werkzeuge sieben Jahre Garantie. Akkubohrschrauber 12 Volt Akkubohrschrauber 16 Volt Akkubohrschrauber 20 Volt Unsere kraftvollen Primaster Akkubohrschrauber sind mit einer Leistung von 12, 16 und 20 Volt erhältlich. Ein Lithium-Ionen-Akku bzw. zwei Lithium-Ionen-Akkus beim 20 Volt Akkubohrschrauber sowie ein Ladegerät sind im Set bereits enthalten. Durch das geringe Gewicht und das ergonomische Design gehen auch langwierige Arbeiten leicht von der Hand. Akkuschrauber 3,6 Volt Und für Schraubarbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen wie zum Beispiel beim Möbelbau ist unser Primaster Akkuschrauber mit einem 3,6 Volt Lithium-Ionen-Akku das richtige Werkzeug. Schlagbohrmaschine 750 Watt Schlagbohrmaschine 1050 Watt Bohrhammer 1500 Watt Bohrhammer PMBH 800 Auch für alle schweren Aufgaben sind unsere robusten Primaster Maschinen ihr idealer Partner. Die Primaster Schlagbohrmaschine durchdringt Beton mit satten 750 Watt und mehr als 47.000 Schlägen in der Minute ohne Probleme. Schlagbohrmaschine 1050 Watt Die 2-Gang-Schlagbohrmaschine von Primaster ist mit ihren 1050 Watt und einer Schlagzahl von über 51.000 Schlägen pro Minute ein wahrer Allrounder. Bei Beton sind bis 20 Millimeter und bei Holz bis zu 40 Millimeter Bohrdurchmesser möglich. Bohrhammer PMBH 800 Der 800 Watt starke pneumatische Primaster Bohrhammer lässt den Meißel oder Bohrer problemlos ins Material eindringen. Bohrhammer 1500 Watt Auch mit härtesten Anforderungen beim Bohren, Hammerbohren oder Meißeln kommt dieser 1500 Watt starke pneumatische Bohrhammer von Primaster mit Leichtigkeit zurecht. Für alle Sägearbeiten bietet Primaster Ihnen kraftvolle Maschinen mit hoher Genauigkeit. Handkreissäge 1500 Watt Pendelhubstichsäge 800 Watt Mit der Primaster Handkreissäge und der Primaster Pendelhubstichsäge meistern Sie Ihre Sägearbeiten präzise. Beide Maschinen besitzen eine Lasermarkierhilfe und vereinfachen so die Linienführung beim Sägen. Die Stichsäge hat zudem ein integriertes LED-Arbeitslicht und eine Staubblasfunktion für freie Sicht beim Sägen. Säbelsäge PMMS 850 Für das Durchtrennen von Holz, Kunststoff oder Stahl ist diese Säbelsäge von Primaster wie geschaffen. Der werkzeuglose Sägeblattwechsel macht die Säge schnell für wechselnde Arbeiten einsatzbereit. Die LED-Arbeitsleuchte ermöglicht präzise Schnitte, auch bei ungünstigen Sichtverhältnissen. Multifunktionswerkzeug 300 Watt Ob Sägen, Trennen oder Schleifen, mit dem Primaster Multifunktionswerkzeug erledigen Sie verschiedenste Aufgaben aus einer Hand. Der 300 Watt Hochleistungsmotor sorgt für die nötige Power, um auch schwerste Arbeiten zu bewältigen. Mit dem Primaster Multifunktionswerkzeug arbeiten Sie mit höchster Flexibilität überall dort, wo andere Maschinen ungeeignet sind. Denn es macht selbst schwierigste Stellen zugänglich. Mit den Primaster Winkelschleifern erledigen Sie hartnäckige Aufgaben im Handumdrehen. Denn mit Leistungen von 850, 1100 oder satten 2200 Watt können Sie kraftvoll schleifen oder trennen. Schwingschleifer PMFS 280 Mit dem Primaster Schwingschleifer gehören Schleifklotz und Kraftanstrengung der Vergangenheit an. Diese 280 Watt starke Maschine ist die erste Wahl, wenn zum Beispiel Holzflächen von Farbe befreit werden sollen oder einfach nur eine glatte Oberfläche benötigt wird. Die praktische Staubfangbox fängt alles ein, damit Sie ohne Staubbelästigung arbeiten können. Exzenterschleifer PMES 300 Ein schneller Wechsel der Schleifblätter und die handliche Größe machen diesen Primaster Exzenterschleifer dank seiner 12.000 Schwingungen zum perfekten Schleifgerät. Die praktische Staubfangbox verhindert die Staubentwicklung bei der Arbeit. Sind Ecken und sonstige schwer zugängliche Bereiche zu schleifen, dann ist der Dreieckschleifer von Primaster das Richtige. Dank Klettverschluss ist das Schleifblatt an der 280 Watt starken Maschine schnell gewechselt und es kann weitergehen. Über eine externe Staubabsaugung holen Sie störenden Schleifstaub zuverlässig von der Fläche. Bandschleifer 600 Watt Der robuste Primaster Bandschleifer hat mit seinem 600 Watt Motor genug Reserve auch für anspruchsvolle Arbeiten. Die Bandgeschwindigkeit lässt sich über die Drehzahlvorwahl von 170 bis zu 250 Umdrehungen pro Minute einstellen. Nach dem Einstellen an der Bandjustierung sitzt das Schleifband exakt und ermöglicht präzise Ergebnisse. Für stationäres Arbeiten wird dieser vielseitige Primaster Bandschleifer mit Halteklammern am Arbeitstisch fixiert. Elektrohobel 900 Watt Der Elektrohobel von Primaster ist mit einem kräftigen 850 Watt Motor und einer Leerlaufdrehzahl von 16.000 Umdrehungen pro Minute ausgestattet. Er ist perfekt für Hobelarbeiten an Holzwerkstoffen geeignet. Die Hobelbreite von 82 Millimetern, eine Hobeltiefe von bis zu 3 Millimetern sowie die Falztiefe von bis zu 15,5 Millimetern machen ihn zum Arbeitsgerät bei den vielfältigsten Aufgaben. Mit dem Seitenanschlag führen Sie diesen Hobel sicher und genau über die Fläche. Primaster Elektro-Werkzeuge stehen für geprüfte Markenqualität zum Toppreis. Exklusiv bei Globus Baumarkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017